So, jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Tag den neuen Fortnite-Shop. Der kommt in wenigen Sekunden raus, heute also wieder eine Live-Reaction. Falls ihr neu auf meinem Kanal seid, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um keine neuen Videos mehr zu verpassen. Also einfach kurz runter scrollen, die Glocke anklicken, dann bekommt ihr mal morgens eine Benachrichtigung, was so Neues im Shop drin ist. Also lohnt sich die Glocke schnell zu aktivieren. Und dann schauen wir mal, was heute so Neues in den Shop reinkommt. Let's go. Und... Oh, okay. Was? Sie sind schon da? What the fuck? Heute ist... Hä? Heute ist doch Mittwoch. What the fuck? Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Jeden Tag irgendwie was Neues. Das ist ja crazy. Also wir haben heute auf jeden Fall ein neues Set drin. Und zwar Drittes Auge heißt das Set. Ah, okay. Ich verstehe auch direkt warum. Schaut ziemlich cool aus. So ein bisschen futuristisch. Und dann noch der männliche Axiom heißt der. Für 1200 V-Bucks. So schaut sein Backpack aus. Ja, ganz cool. Also ich finde die Skins richtig geil. Die Backpacks sind in Ordnung. Ich glaube, die würde ich hier relativ selten spielen. Mir fällt auf, gerade ich habe die Grafikeinstellung. Ich stelle mal kurz alles auf episch, dass wir uns das mal hier auf bester Qualität anschauen können. Also die Skins gefallen mir auf jeden Fall richtig gut. Dann haben wir noch eine neue Hacke drin. Und zwar Psyonische Schneide für 800 V-Bucks. So schaut sie aus. Und ich muss mal ganz kurz mein Headset aufsetzen. Das habe ich noch gar nicht auf. Damit ich auch mal höre, wie der neue Sound von der Hacke klingt. Okay. Cooler Sound. Klingt auf jeden Fall ziemlich mächtig. Und die schaut doch ziemlich geil aus. What the fuck? Okay. Das ist mal ganz was anderes. Ich finde diese lange Schneide hier dran, das sieht echt cool aus. Also die werde ich mir jetzt auch direkt mal hier holen. Bei den Skins bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, da finde ich tatsächlich mal den männlichen ein bisschen geiler. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welchen der beiden ihr da geiler findet. Auf jeden Fall haben wir noch einen neuen Gleiter drin. Und zwar den Disruptor für 800 V-Bucks. Und what the fuck, Alter. Der sieht ja richtig geil aus. Alter. Okay. Ich glaube, Leute, ich könnte einen neuen Main-Gleiter gefunden haben. Aktuell bin ich immer so ein bisschen am switchen. Spiel viel diese Regenschirm-Gleiter. Aber der gefällt mir echt richtig gut vom Design. Den werde ich mir auch direkt mal holen. Also ich muss sagen, Hacke und Gleiter von dem Set gefallen mir schon mal richtig gut. Die Skins sind auch ziemlich nice. Aber wie gesagt, schreibt mir da mal in die Kommentare, welchen der beiden ich mir da eher holen soll. Den weiblichen oder den männlichen. Und da kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn euch hier meine Daily Shop-Serie gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Vielleicht schaffen wir heute sogar die 3100 Likes. Also ja, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und im ersten Slot haben wir dann den Koaxial-Heli drin für 1200 V-Bucks. Ich wurde häufig gefragt, woher ich den habe, als ich den gespielt habe. Also viele Leute haben anscheinend den, ja, nicht so im Shop mitbekommen. Deswegen für euch nochmal, heute ist der Koaxial-Heli drin. Dann haben wir noch die Volley-Meisterin drin. Eigentlich ein ganz cooles Set. Ich finde diesen Baseball, nicht Baseball, den Tennisschläger ganz, ganz cool. Baseball-Schläger, what the fuck. Ähm, den hatten wir gestern drin. Auf jeden Fall, ja, ganz cooler Skin. 1200 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Tropenschnitt, relativ neu noch die Hacke für 500 V-Bucks. Ja, ist in Ordnung. Dynamo fand ich persönlich jetzt eher etwas hässlicher. Ähm, würde ich eher nicht so empfehlen. Dann haben wir noch den Wacke-Quatsch. Ja, so ein lustiger Game-Mode für 500 V-Bucks auf jeden Fall in Ordnung. Und im letzten Slot des heutigen Tages, keine Ahnung, Ka. Dafür steht das übrigens. Also Ka heißt keine Ahnung, weil das letzte Mal einige Leute gefragt haben, was Ka denn überhaupt heißt. Ähm, ja, also man ist ein bisschen ahnungslos. Einmal so ein kurzer Sound. Und, ja, zwei Lobby-Bucks gehen dafür auf jeden Fall klar. Und, jo, das war's das schon zum heutigen Funnel-Shop. Wie gesagt, wenn ihr neu hier seid, lasst unbedingt ein Abo da. Und tragt mich auch gerne als Creator ein, falls ihr mich unterstützen wollt. Einfach nur Snoxy hier in dieses Feld reinschreiben. Auf Ehre, Leute. Vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen, der das macht. Der mein Creator-Code Snoxy hier verwendet. Und, jo, da würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen entspannten Tag. Wir hören uns wahrscheinlich nachher dann zum nächsten Livestream wieder. Falls ihr Bock habt, schaut gerne vorbei. Und nämlich sagen, bis dahin, macht's gut und hat rein. Tschüss!